So Freunde, willkommen bei NeuzFMD und Moschus.de, sag ich jetzt mal. Wir haben wieder eine... Genau, der Matthias sitzt da und grüßt schon freundlich. Ich übernehme jetzt einfach mal die Redeführung. Wir haben wieder vor, einen Question-and-Answer-Stream zu machen. Und zwar am 21.01.2017, ab 19.30 Uhr, gewohnte Zeit von mir mit dem Stream. Das Ganze sieht so aus, wie ihr das jetzt gerade seht. Ihr dürft uns Fragen stellen ohne Ende, bis euch die Füße qualmen. Und Moschus kennen ja viele von euch. Wir haben ja schon öfters gesagt, das ist unser Partner-Kanal. Jetzt wollen wir mal einen Q&A zusammen machen. Der Kai kommt auch mit rein. Das heißt, wir werden hier so ein Dreiergespann sein und über Bund links, rechts, oben, unten quatschen. Und schauen mal, wie das dann so ausartet. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Wir haben noch keine Fragen vorbereitet. Wir lassen es auf uns eingehen. Der Chat ist da. Und Matthias, du darfst auch was sagen. Ja, hallo Freunde, chinesische Smartphone-Kunst. Wir haben den großen Ganzen ja schon alles gesagt. Wir sehen uns am Sonntag dann zu so einer großen Fragestunde. Das wird ein Riesenspaß für uns alle. Und danach können wir noch Overwatch zocken oder so. Genau. Genau. Also dann bis 19.30 Uhr am 21.01.2017. Und ja, wir sehen uns. 2018. 2018, wir sind ja schon weiter. Ja, so ist das, genau. Siehst du, fängt schon an. Also dann, bis dann. Bis dann.